So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Und wir sind in der letzten Folge angekommen in Jerusalem. Wir haben natürlich schon unsere ersten guten Taten vollbracht und wollen dem natürlich jetzt weiter nachgehen. Wir werden die Geheimnisse dieser Stadt lüften. Die Geheimnisse um unser Ziel. Und werden es dann, ohne große Aufmerksamkeit zu erregen, versuchen auszuschalten. Und holen uns jetzt erstmal die Flagge hier. Yay, die zweite Flagge jetzt schon. Ja, ich weiß, total euphorisch. Da drüben werden Bürger wieder unschuldig angefallen. Guck mal, den kann ich hier auch problemlos ausschalten. So, der ist weg. Der kann mir nichts mehr. Glaubst du, es kümmert deinen Gott, was mit dir geschieht? Töricht, der alter Mann. Wir haben doch nichts Falsches getan. Warum tut ihr das? Der Herr ist mit uns, alter Mann. Da sucht es. Stirb, Ungläubiger. Alles geht weiter, wie bisher. Wir machen Druck. Ah, schon wieder. Ich muss diesen Donutschützen ausschalten. Wo ist der? Ach, der oben. Mal gucken, ob der noch runterkommt. Ja, das kostet. Ich weiß nicht, ich kann viel zu viel treffen. Jackpult erreicht. Oh nein, 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 nein. Nicht, 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 nicht. Oh. Den wollte ich doch gerade retten. Da kommt er drauf. So, den schreiten wir auch noch aus. So, oh. So, mein Freund, du bist frei. War das der letzte? Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts. Und eile heim. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert. Das vergesse ich nicht. Das sind wahrlich dunkle Tage. Vier Bürger haben wir schon gerettet hier. Na dann. Und da haben wir unsere Gelehrten. Zwischen denen wir uns verstecken können. So, weiter geht's. Zu denen wollte ich jetzt nicht. Der Korot, den brauche ich jetzt auch nicht. Ah, eine Flagge. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah, nein. Bürger, hört mich an. Habt ihr genug von schlechten Waren? Ja, genau. Hier wollte ich lang. Das wäre aber noch ein Aussichtspunkt. Hm. Ich würde sagen, wir machen uns erst mal... Ups, Entschuldigung. Ich würde sagen, wir machen uns erst mal zu den kleinen Streitbeschlichtungen. Ja, falsche Lehren verbreitet. Blasphemie. Ich habe doch nichts Falsches getan. Ich habe mir Feinde gemacht. Almua Lim bat mich, den Sklavenhändler zu beschatten. Und das tat ich. Aber nicht gut genug. Er hat mich entdeckt. Und seitdem bin ich ständig auf der Flucht. Ich muss die Stadt verlassen, aber ich schaffe es nicht allein. Helft mir. Und ich teile mein Wissen mit euch. Ich brauche Hilfe. Bitte. Ja, falsche Lehren verbreitet. Blasphemie. Dann werden wir ihm mal helfen. Ich habe doch nichts Falsches getan. Warum tut ihr das? Ja, falsche Lehren verbreitet. Blasphemie. Bitte tut mir nicht. Es gibt nichts, was ich nicht habe. Ist euch etwas ins Auge gefallen? Unglaublich. Ja, falsche Lehren verbreitet. Blasphemie. Ja, falsche Lehren verbreitet. Aus dem Bösen. Ihr geht mein Freund nicht an. Ja, dann hat es natürlich, dass ihr sich jetzt aus allem rausseht. Und mich die Arbeit wieder machen lässt. So, noch zwei. Noch einer und das war's. So. So, die Würfe wegstecken. Wir sind ja nicht gleich offen. So, dass die alle gleich anhören wollen. Verpiss dich. So, Leute. Komm schon, sieh meine Aufnahme. So eine Schande. Es sind schwierige Zeiten, in denen wir leben. Ich habe genau gesagt, was wir brauchen. Aber so muss es nicht sein. Es gibt Möglichkeiten für jene, die den Mut haben, sie zu ergreifen. Komm, komm. Halal versteht euren Schmerz. Er wird euch geben, was euch fehlt. Hm, ob das gut gehen wird? Geht weg. Einfach, was soll ich durchmassieren? Habt Dank, Bruder. Nimm diese Karte. Sie zeigt Dalals Verstecke. Sehr nützlich, falls der Feigling flieht, statt zu kämpfen. Und so wie ich ihn kenne, wird er fliehen. Sehr gut. Hm, das ist wirklich sehr, sehr gut. Wir haben schon einiges erreicht, wo wir kaum was gemacht haben bis jetzt. Wollt ihr etwas? So, hier vorne haben wir gleich. Habt ihr etwas? Das ist ein bisschen was. Schützt eure Liebsten. Arbeitet hart und ihr werdet belohnt werden. Talal, gibt euch sein Wort. Wer kann sagen, was die Zukunft bringen wird? Welche Tragödien? Schützt euch vor einer ungewissen Zukunft. Schützt eure Liebsten. Arbeitet hart und ihr werdet belohnt werden. Talal, gibt euch sein Wort. Ah, geht. Was wollt ihr denn? Ah, jetzt erst mal versuchen, ihm unuffällig zu folgen. Er hat uns noch nicht gesehen. Schnell, hinter den Körper verstecken. Sie tanzen nicht. Was, glaubt ihr denn? Meinen? Ich schüttere. Oh, nein. Okay. Du bist. Ich schüttere. So, fragen wir dich mal. Ihr werdet sein Werk nicht zunichte machen. Das könnt ihr nicht. Zunichte machen? Welches Werk? Er bereitet sie für die Reise vor. Reise? Wohin? Sie sind in seinem Lagerhaus. Und wenn die Zeit reif ist, werden sie nach Akon verschickt. Wo ist dieses Lager? Und warum Akon? Talal sagt mir nur, was ich wissen muss. Mehr nicht. So ist es sicherer. Für ihn vielleicht. Aber nicht für euch. Hm, schade. Es waren nicht wirklich viele Informationen. Wir wissen, dass er halt irgendetwas in seinem Lager gefangen hält. Ah, okay. Seine Sklaven. Meine Nachforschungen sind beendet? Nein, nein, nein. Noch lange nicht. Ich habe hier noch einiges zu tun. So schnell werde ich hier nicht draufhören können. Ich brauche noch mehr Informationen. Das ist mir zu unsicher. Also, ich gebe euch留ID. Entschuldigung. Warte, etwas. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nicht. Ich glaube, omens. Du buchnalen. disorder. Oh, guck mal. Guck mal. Phaneim Dominar-Zichtweise ist 2020. Haben wir doch versucht. Sehr schön. Der ist weg. So, und hoch mit dir. So. Noch hier rüber. Und hoch mit dir. Und somit haben wir 3 von den Aussichtspunkten hier und nur befördert. Na dann, rauf ins kuschelige Heu. Erstaub ich hier. So, so wirklich neu ist hier in der Umgebung, habe ich mich freigeschalten. Aber ich habe da hinten noch einen kleinen Taschendiebstahl zu verrechtschreiben. Ich bin arm und krank und hungrig. Und wir kommen ja an immer mehr Aussichtspunkten vorbei, die wir natürlich versuchen, alle mitzunehmen. Wir wollen ja nicht so gut wie möglich durchkommen. Dann geht die mit dem Unsinn auch, oder? Äh, ja. Schweizer Gebäude. Oh, dafür noch eine Flagge. Runder mit mir. So. Und das muss halt nochmal. Einmal. Einmal an den Wachen vorbei. Zack, zack, zack. Und hoch und weiter. So. Na. Oh. Äh. Scheiße. Scheiße. So. Vier von neun und eine Wache weniger. So. Und wisst ihr wie das jetzt geht? Mal gucken. Und dann. Tyrannimo. Was? Weiß das heißt. Schiranni-Moh. Schiranni-Moh. Aber ist mir grad egal. So. Wir machen uns jetzt schnell auf den Weg, dass wir noch die letzte Information bekommen. Na. Wie handeln gegen den Willen, Dottel. Oh, eh, wo? Warum rennt er wohl so herum? Er hat ihn wohl so aufgeregt. Ja. Vorbei. Hier müssen wir rein. Siegt mich. Schon bald. Also, was schlagt dir vor? Ich habe den Mann beobachtet und alles über sein Geschäft gelernt. Ich habe alles auf dieser Karte verzeichnet. Er inspiziert sein Lager. Jeden Tag zur gleichen Stunde. Dann schlage ich zu. Ihr habt also einen fetzen Pergament. Das rettet euch nicht, wenn ihr entdeckt werdet. Es schützt nicht vor Schwertern oder Pfeilen. So weit wird es nicht kommen. Egal. Aber es ist ein Risiko, das ich eingehen muss. Wünscht mir Glück, mein Freund. Fürwahr, das werdet ihr brauchen. Ein guter Asersinne wäre es ihm geworden. Er hat gut geplant. Jetzt schleichen wir uns erstmal hierheran. So, dann haben wir das. Sehr schön. So, jetzt haben wir unsere Nachforschung beendet. Oh. Natürlich, das nehmen wir noch mit. Yeah, wir haben schon fünf. Drei Flangen gefunden in dieser Folge. Richtig schön. So muss das sein. Ihr seid hier nicht erwünscht. Ich gehe schon. Ich schwöre sowieso. Das sind mit dir braucht gar keine Sorgen. Es gibt keinen Grund, sich so zu verhalten. Und jetzt gehen wir noch, jetzt gehen wir wieder zu unserem Verbündeten. Und lassen uns bestätigen, dass wir unser Ziel erledigen dürfen. Ach ja, und immer dann, wenn es am offensichtlichsten ist, dann kommt sie. Die Endcard. Ja, und das werden wir natürlich in der nächsten Folge tun. Wir werden zu unseren Verbündeten den Werten und den Auftrag bekommen. Und dann werden wir, wie auch Tamir, diesen Rebellen, diesen Templer, zur Strecke bringen. Dann schaltet das nächste Mal wieder ein. Und vergesst nicht zu abonnieren oder einen Daumen hoch zu geben, wenn er nicht den Hip-Hop gefallen hat. Wir sehen uns. Aber für LP. Wir sehen uns. 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 Wir sehen uns.